Hallo zusammen, Maya3007 hier. Ich habe ja in meinem letzten Vlog angekündigt, dass ich meinen Tibi Archer wieder aktivieren möchte. Hier ist er. Und ihr seht, gut gefüllt. Ich habe um die 20 Bücher momentan da drin. Und dann würde ich sagen, reden wir nicht langsam drum rum, beziehungsweise für die, die es noch nicht kennen. In dieser Losbox habe ich jetzt alle Bücher drin, die ich noch nicht gelesen habe. Ich werde jetzt ein Buch rausziehen, das dann lesen und rezensieren. Und in der Rezension ziehe ich dann auch gleichzeitig das nächste Tibi Archer Buch. Und Tibi Archer heißt übrigens To Be Weed, also noch zu lesen quasi. Ja, aber jetzt genug der Erklärungen. Los geht's. Ich habe ja auch schon das erste Zettelchen. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Ah, ja, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Hubertus Hummel. Das ist ja mal sehr schön. Weil ich lese gerade übrigens einen Hubertus Hummel, nämlich Band 4. Das heißt, sobald ich den ausgelesen habe, geht's direkt mit Hummel weiter, nämlich hier. Schwarzwaldrätsel, der fünfte Fall für Hubertus Hummel. Mein aktuelles Tibi Archer Buch. Au ja, da freue ich mich jetzt drauf. Dass es direkt damit weitergeht. Ich werde halt nachmittag das Buch Nahentreiben heißt übrigens, der vierte Fall noch auslesen. Und dann kommt sofort Band 5 Schwarzwaldrätsel. Das habe ich mir ja in Nürnberg besagt. Da, denke ich, braucht ihr auch nicht allzu lange auf die Rezension warten. Ihr könnt jetzt übrigens auch noch ein paar Rezensionen eher warten. Denn ich werde jetzt noch zwei abdrehen für euch. Und zwar von den Rezensionsexemplaren vom Gmeiner Verlag. Also bleibt dran, wir sehen uns gleich wieder. Maya 3, Signal 7 dann... ... ... ... ...